Das war vielleicht ein guter Start. Geld haben wir. Taxi rufen, Schatten, das Haus anrufen. Geld holt mich ab. Ich will mal wissen was Troubles bedeutet. Unsere Freundin. Verdammt. Jetzt haben wir einen Dollar ausgegeben, der mit unseren Freunden mit uns schloss macht. Fantastisch. In den Bus. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Jetzt haben wir noch etwas leisten. Auch zur Grenze. Die Sonja haben wir schon gelernt. Und weiter gehts. Kleiner Bus. Stress. Oh weia. Stress finde ich möglich nicht. Mhm. Ich blöcke auf den Boden. Für die Brüte. Ich bin nicht wirklich in der Lage für ein Gespräch. Aber gut. Geh weiter. Natürlich habe ich Gedanken. Oh ja! Sof ich nicht so gut! 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 Sof ich nicht so gut! Hey! You gotta help me! She's taking me to the pits! Where have you been living? The Iron pits! Where are they saying teens caught trying to flee the country? Turn around! And you! Stay out of this! To the nearest station! But that's not of your business! They're gonna send me to the pits to mine! I'll never see my family again! Of course he'll see his family! And remind me why I'm telling you this! Then why the missing teen posters? That's just brigade misinformation is all! Oh you don't really believe Dad? Huh? Believe what? That the teen work camp doesn't exist! Mal, now's not the time for a discussion! I'm just doing my job! Oh we're making a bit of stress! That's why it's like this! You're going to stick up for the police? After what they're doing to teens? Sir! You're doing Tyrecks dirty work! And you don't know it! You don't know anything else about Tyrecks! I hate to say it! But they are! They absolutely are! I'm nobody's puppet! Look! I've heard the stories too! But they're false! Fake news! Fake news! Don't let's mend it sich! Oh look! A young Protirik in the dark! Stachel here a bit an! Sir! I won't tolerate you talking to that boy like that! Understand me? Stress! I'm too old to be set up to the teen work camp! That's enough Sir! Now both of you! Please! Turn around! You're starting to irritate me Peach Buzz! Know that? Yeah! Kids right! What authority do you really have? Unit 2 to Central! Come in! Unit 2 to Central! Where are they? Kid! Citizens should be able to arrest cops! You know that? Keep them honest! I can't believe I'm hearing this! Can we pretend you never arrested me? Quiet back there! Actually? It's a good idea! Does anyone know that you've arrested him? Nobody! And that's enough! From everyone! Please officer! Just get up at the next door! I'm not gonna say it again! I'm not gonna say it again! Unit 2 to Central! Come in! Unit 2 to Central! Stop telling me what to do! All of you! What's going on here? You woke me up! What? Take it easy! You've crossed the line! Unit 2, this is Central. Everything okay? You can still do the right thing! Don't tell them about the kid! Unit 2, are you there? Unit 2 here! I... I'm gonna need assistance to transfer a prisoner! Over! You monster! Stop the bus! Now! I think that's the end of that! That's why I'm always a bit... Unit 2... I... I... I need a car to pick me up! I hope to save him! Damn! We tried! At least we tried! Ah... Damn! We're somewhere... We didn't want to be fried... We didn't want to be fried... ... We didn't want to be fried... Interesting... ... that we have here... ... Sieg learned again... ... ... ... ... Also das ist nicht bei Freundschaftslevel, sondern das ist wie viel wir Prozent von ihrer Story erreicht haben, oder? Was haben wir gerade gemacht? Hab ich ein Taxi geholt, oder was? Nobody supposed to be here. Oha. Vermisst die Jugendliche. Sind wir soweit ich weiß, einer von. Oh weia. Willkommen bei den Tiefel. Nachts in einem verlassenes Haus sein. Beste Idee. Die Augen offen. Was soll schon passieren? Mit dir Geld klauen. Kann ja nur unser Leben kosten. Was soll das? Was soll das sein? Was soll das? Obwohl wir nicht immer die Karteien. Obwohl wir nicht. Es ist schon die Zeit für die Sonja. Ich weiß nicht, was sie heute wird. Das weiß ich. Du hörst das? Das ist nicht die Karte nach Sonja. Ist es? No, Keane ist nichts, aber ein Hitchhiker. Tie him up. Oh, Herrusen. Told you he wasn't dead. You were right. Guess I owe you five big ones. I don't have it on me right now. But I will as soon as we rob the kid. Oh, Kaka. This is Stan and I's hideout. Pretty nice, don't you think? Shut up, Mitch. Give us all your money, kid. Now. Uh. Yeah, all your money. In case you didn't notice, we're the ones giving the orders. Maybe I'll have to show him the beast. I'm afraid of the beast. Now search him, Mitch. Stand. Stand. We done did find the goose, who laid the gold name. Und wir sind wieder bei null. Fantastisch. No, the kid was loaded. See the difference? Damn, will we have a little bit of a thing? What a nice one, Steven? Thank you very much. Thank you. Minch, the scared is starting to hurt my ears. Show him the beast. I'm a pleasure. Oh, Kaka. Das läuft nicht gut. Mehr Geld. Alles wie Katz. Wir gingen hier noch drauf. So, mehr Geld zurück. Ja, schau mal deine Träpe. Lass die Grown-Ups denken in peace. Kid, jemand will die Sonja's Leben. Der famous Reporter? Ja, wir glauben, dass du uns helfen kannst. Die Gerät zurück. Stan, remember what we read in the Goss Mag? Oh, ja, sie hatte ein Kind in ihrem Limo. So, pick him up. We'll make you a deal, Kid. Help us, and you'll get your money back. Good idea. Wir scheinen nicht auf Sonja aus zu sein. We just know it is. Ich gebe auf. Ach, scheiße, jetzt muss man witzeln. Today marks the anniversary of Lolas death. In exactly two years, I will take my revenge. Do we know when that was recorded, Stan? Yeah, sometime in 1994. Happy eight years, Lola. So, uh, we know the girl's birthday. If anything happens to sweet Sonja, Liebe Lola, heute wärst du 23 Jahre alt geworden. Man sagt, die Zeit heilt alle Wunden. Bei mir scheinen sie alle, scheinen sie sie wieder aufzureißen. Dennoch habe ich beschlossen, dass dein Geburtstag kein Tag der Stunde sein sollte. Auch wenn sie es verdient haben. Heute wird immer der Tag sein, an dem mein kleines Mädchen geboren wurde. Und nichts weiter. Dann bleibt nur ein Tag für meine Wache. Der Tag vor zehn Jahren, als du sagtest, dass sich alles ändern würde. Es hat sich verändert, aber nicht so, wie du meintest, dein Vater. Wer wo? Die Tage vergehen einen Tag nicht wie der Nächste. Dann ein Moment der Klarheit. Ich habe es mir ein letztes Mal anders überlegt. Ich weiß, wann ich handeln werde. Ich weiß nur nicht wo. Papa, hier Herr Winters. Herr Winters meint, ich soll niemanden kontaktieren. Ich denke, ich sollte es dir sagen. Wir brechen morgen früh auf und werden in vier Tagen etwas tun, was alles verändern wird. Und eines Tages wirst du verstehen, warum ich mich den Brigaden entschlossen habe. Versprochen. Alles liebe, Ruda. Sind das die Brigaden? Ich schlafe nicht mehr zu denken. Das ist nicht also das die Nächste. Das ist nicht der Start des Nächsten. Ich verabschiede mich jetzt. Ah das hilft ja nicht sehr viel. Aha. Geburtstag von Ola. 6,79. 8. Geburtstag. 79 ist. Der 76 ist der. Plus 8 Jahre ist. 80, 81, 82, 83, 84, 84, 86, 87. 87 war der 8. Geburtstag. Aber im Monat und Tag. 87. Okay 87. Und das am 6. Den Tag wissen wir auf jeden Fall schon mal. Aber 6. Juni. Der 6. 6. Ich glaube nicht, dass das alles ist, Juni. Ja, das sieht nicht richtig aus. 5.September Warum das meinte er? Ich soll niemanden die Morgen führen werden 4 Tage und sie wollte sie auf dem Geburtstag umbringen so viel habe ich herausgefunden ich muss mich nicht mehr die 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 der entsprimiento die die Heute wirst du 23 geworden. Heute wird immer der Tag sein, dass wir die 2. Tag vor 10 Jahren, als du sagst, dass alles ändern würde. 5. September, der Tag an dem sich alles ändern wird. Der fünfte, sechste ist er hier. Verdammt. Äh, du fragst uns für Hilfe? Ich dachte, du wärst der Wiz. Okay, der einzige Tag ist schon mal... Oh, ich bin blöd. Am sechsten, siebte, achte, neunte... Am sechsten brechen sie auf. Und in 4 Tagen wird etwas alles verangebauen. Siebte, achte, neunte, zehnte. Zehnte, neunte. Ich hoffe, das ist nicht das Falsche. Oh, kacka. Ich habe schon zwei Mal falsch gemacht. Ich will es jetzt wirklich nicht verkacken. Zehnte, neunte würde ich sagen. Bei 4 Tagen, das ist auf jeden Fall das Datum. Das ist die einzige Rache und Möglichkeit. Sekunde, morgen und in 4 Tagen... Vielleicht ist es morgen in 4... Der neunte, neunte. Bei morgen wird es in 4 Tagen müssen wir brechen auf. Das ist der neunte, neunte auf jeden Fall. Bei morgen brechen wir auf, dann wird es in 4 Tagen... Es wird nicht in 5 Tagen was ändern, sondern 4 Tage. Neunte, neunte definitiv. Ah, sehr gut. Als ob die wissen... Warum, wenn die wissen, warum das ist, dann... Ich weiß nicht, was ich dachte. Wir müssen trotzdem herausfinden, was dieser Mann aussieht. Und wo wird der Atacke passieren. Aber äh... Du weißt... Jetzt machen wir Progresse. Ja, wir sind. Hier ist dein Geld, Junge. Es ist gut, dass er eine Werte erhebt hat. Stand in midge Regeln. Das ist ja schön. Wollen wir uns vielleicht noch ein bisschen was dazu verdienen? Die Leiter! Nähe der TV! Nur steig! Jetzt komm! Okay, dann werden sie vielleicht selbst drauf kommen. Und wir werden noch zweimal gefangen und müssen noch mal. Bevor du gehst... Vielleicht willst du uns was fragen? Jetzt wo du fragst... Jetzt wo du fragst... Okay, ich bin normal. Okay, ich bin normal. Schnell raus hier. Schnell raus hier. Können wir hier raus. Jetzt... Wir vertrauen uns scheinbar so, dass wir... Sonst gehen lassen. Und denken, wir werden die nicht verraten. Okay, jetzt kommen wir jetzt nicht mehr lang. Okay, schnell weg hier, bevor sie sich es anders überlegen. Ja, mal übernachten. Bestimmt nicht die beste Idee. Sechsевester Juni 6. Juni 96. Am Tag fährt sich es leichter. Läuft sich es leichter. Das Direct-Foto können wir nicht vernichten. Ich hab mein Gate-Filo, ist doch sehr schön. Erstmal trampen. Da haben wir die Genove gegen gelernt. Wahrscheinlich ist der ein Mensch, wahrscheinlich die Brigade, wenn ich raten müsste. Aha! Werden wir sie jetzt kennen oder sind wir sie? Aber wir sind nicht sie, wir haben da ein deutschen Männchen-Symbol. Musik Ich hoffe, dass dieser Moment nicht endet. Es fühlt sich so gut auf der Straße und auf meinem eigenen Weg. Es ist wirklich normal, dass die Polizei verabschiedet wird. Es ist wirklich... Live-Strange-Karater. Das ist dann... Mir gefällt das Spiel bisher. Oh, wir sind jetzt hier. Okay. 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 Ja... Ich denke, ich kann nicht diese Gespräche mit dir mit dir, kann ich? Also, du bist einer von uns, nicht wahr? Du hast versucht, die Grenze zu überprüfen, wie ich. Ich kann es auf dich riechen, literalmente. Let's talk about something else. Do you think they know what we're really up to? Ich weiß, die Adelte sind so enigmatic. So, I got an idea. Shut up. Let's play this game I found and listen to some music. Here, take my Walkman. Willkommen zurück zu einem neuen Part. Ich bin meine Spiele. Oh, das Spiel. Oh, 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 das Spiel. Wie hieß das Spiel, was ich mit Molly gemeinsam gespielt habe? Das war, ähm, nicht It Takes Two, sondern das war das mit dem Gefängnisausbruch-Spiel. Jetzt müsste ich schon gewonnen haben, oder? Ah, nein. Hier müsste ichsisch hier. Ich kann doch ganz einfach keine gewinnen, dumm Kopf, so mache ich die Reihe voll. Da habe ich die Reihe voll. Ich kann nicht sie dazu bringen. Wenn ich da jetzt rein tue, hat sie die Reihe voll und sie da rein tue. Ich habe es eigentlich schon gesehen, ich habe es gecallt, aber ich habe es nicht kapiert. Ich spiele das jetzt wieder eine Stunde. Das war klar. Das heißt vielleicht blüht da nichts rein zu tun. Interessantes Muster und steht da. Wenn ich da jetzt ein Trend packe, sie hat sie voll. Ich bin nicht so gut in dem Spiel. Irgendwann wird sie müssen. Ich werde sie müssen. Oder ich werde sie müssen. Sie werde sie müssen. Ja. Nein. Ja. Geht so. Die hatten wir doch schon. Denn dann geht's hier neben was zu kommen. Die hatten wir doch mal sehen. Ja. Ich habe das le tun. Ich habe ihr recht. Ich habe es sehr süß in Sitzung. Ich habe es nicht gewinnt. Ich bin sicher. Ich habe es ein Bein und zu Convention. Ich habe es nicht gew전. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020